Es ist egal, was du magst. Nice. Schöne Introduction eines neuen Splice, das hätte ich behauptet. Dieses Armealiag ist ab heute nur noch für zahlende Gäste geöffnet. Erst stellt der Mann mich ein, um einen Wald auf dem Meeresgrund zu pflanzen. Und dann sorgt er dafür, dass ein Waldspaziergang ein Luxus für Privilegierte wird. Rein fragt, sollte ein Farmer seine Nahrungsmittel nicht verkaufen dürfen, darf ein Töpfer kein Geld mit seinen Töpfen verdienen. Ich wollte gerade anfangen, mich mit ihm zu streiten. Als mir wieder einfiel, wer mein Gehalt bezahlt. Das einzige, was schlimmer ist als ein Heuchler, ist ein arbeitsloser Heuchler. Ich dachte, der wäre nach einem Kopfschuss raus, aber ist wohl nicht so. Jetzt habe ich eine ganze Munition wieder verballert hier, für einen Gegner. Ey, was liegt denn hier? Die Pistole in der Wand. Vor allem, wo kam jetzt der Drecksack her? Menschenskinder. Autohacker? Was, ich habe ein Limit an Autohackern erreicht? Menschenskinder? Nö, du. Das ist sehr ärgerlich, ist das. Dann müssen wir wohl öfter Autohacken. Autos hacken. Ja, die Sprüche werden nicht besser, ich sage es euch, Leute. Ich sage es, wie es ist. Aber ich habe euch ja auch nie versprochen, dass ihr hier gute Unterhaltung kriegt und sonst was. Das habe ich nie versprochen. Nie. Ja, wie gesagt, hier gibt es so nur schlechtes Gameplay. Dafür war auch schlechte Unterhaltung. Also, zwei schlechte Fliegen mit einer guten Klappe geschlagen. Oder so, oder auch nicht. Yes, ist Gott, was ist jetzt los? Stop. Mein Gott, hier geht es ja wieder rund. Geht es hier. Muss mal aus dem Feuer raus. Das haben die doch extra gemacht. Die Säcke. Oh Gott. Vielleicht war das keine so gute Idee. Das nochmal raus hier. Kommt ihr? Hallo? Von hinten kommt wahrscheinlich keiner, hoffe ich mal. Sowieso ist vorne auch nicht wirklich. Komm her, du Sack. Lass mal gucken, was du dabei hast. Was ist das wieder? Ein Geschütz. Das werde ich mir hacken, hätte ich gesagt. So wie es aussieht mit dem Autohacker. Ich habe fünf Stück dabei. Seit wann denn das? Das habe ich ja komplett verpennt. Ich hatte fünf Autohacker auf Tasche. Krasse Sache. Hey, stopp. Schuss. Ja, wir wechseln wieder auf die Schrofflinte. Panzerbrechende Munition haben wir auch wieder auf Tasche bisschen jetzt. Was haben wir hier noch? Was ist hier noch versteckt? Nix. Schön. Ich höre immer noch Gegner. Oh, du hast noch Geld dabei. Schön. Nehme ich, nehme ich. Die Mad Station. Nö, ich hack die jetzt mal nicht. Ich heile mich nur. Das passt schon. Schöne Sache. Ah, was haben wir denn hier noch? Ui, schön, schön, schön. Ja, nice. Das hat sich gelohnt. Da unten war ich, glaube ich, oder? Ne, da unten war ich nicht, oder? War ich da unten vorhin? Wer lacht da so? Wieso lachst du? Du Sack. Wo sind wir denn? Ich bin außerhalb der Map, oder wie? Secret Area. Ne, oder auch nicht. Wo sind wir hier? Yes, ist gut. Hey. Ach so. Nein, das war wieder so ein Houdini. Ich habe ihn gehört. Der hat sich irgendwo hin teleportiert. Der Sack. Was hat er gerade gesagt? The fuck? Hey, hey, hey. Wer auch immer da hinter mir gerade so komische Geräusche macht. Dann seh auf damit. Oh Gott. Was ist jetzt mit der guten Frau los hier? Wo kam denn das jetzt her? Hä? Von wo wurde die denn gerade abgeschossen? Ach, ist da oben mein Gesch... Da oben ist mein Geschütz stehend. Ach so. Ja, ja. Das macht Sinn. Da oben, der Lab hat wieder doofes Zeug. Da oben, der Typ. So, wo sind wir denn jetzt? Habe ich mich jetzt wieder verlaufen? Ne, habe ich mich nicht, glaube ich. Oh Gott. Yeses Gott, was war das denn? Oh, gute Frau sind sie gestolpert. Das tut mir leid. Yeses Gott, die ist, glaube ich, über die Schaufel gefallen, Mensch. Ihr müsst halt auf... Räumt doch das Zeug weg. Jetzt fliegt die da hin und bricht sich das Genick. Nur weil einer die Schaufel nicht wegräumen kann. Also echt, Mann. Mensch, das Kinder, ey. Das tut mir jetzt echt leid. Das ist... Also... Ja, ihr habt es gesehen, Leute. Am Schrot ist sie nicht gestorben. Au, au. Am Schrot ist sie nicht gestorben. Die ist eindeutig an der Schaufel gestorben. Also nicht so, dass sie an so einem Stromkabel gestorben wäre. Ne, ne. Kann ich dich kaputt machen? Hä? Oder muss ich da durch, wenn es nicht schockt? Oder muss ich da mit der Rohrzange dagegen hauen? Bloing, bloing. Ja, schön. Ne, das geht wohl nicht. Oder ich bin zu doof. Ich weiß es nicht. Ja, hier liegt wieder so ein Ding am Boden. So ein Rechen. Wenn da wieder einer blöd drüberläuft, ich sag's euch. Also echt. So. Ja, ich... Ich werde jetzt ein bisschen Autohacker verbraten, weil vorhin wollte das Spiel mir ja... Oder das Spiel mir ja sagen, ich habe nicht genug Platz für Autohacker. Deswegen... Ach, guck an. Hier war ich schon. Ach, Mensch. Ach. Shortcut. Muss ich da rüberspringen, oder was? Äh. Oder drunter durch. Ach. Und das geht dann. Äh, was machst du denn? Wieso hast du dich bewegt, gute Frau? Oh, gib mir die Kartoffelchips noch. Lecker, lecker, lecker. Ja, ich habe mich, glaube ich, ein bisschen verlaufen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da war ich gerade. Da bin ich hier hinten durch die Wand durch. Durch die Tür. Geht die auf? Natürlich geht die auf. Das war ja schön. Wo sind wir hier? Da war ich auch schon. Ich höre wieder Schritte. Das habe ich nicht gern. Jetzt gehen wir halt mal hier lang weiter. Da will... Es will, dass ich da runtergehe. Hier waren wir auch drin. Ja, dann laufen wir halt mal hier lang jetzt. Ja gut, da wären wir vorne auch runtergekommen. Das ist ja schön. Ihr seid Tiere. Ihr seid die Tiere hier. Ihr habt hier vorhin einfach random jemanden abgefackelt. Und erzählt mir was von wegen, die anderen wären Tiere. Ja, ja, klar. Auf jeden Fall. So sieht es aus. Nicht anders. Oh Gott, das war ein Big Daddy, oder? Ist es mir wert, darüber zu springen? Wahrscheinlich muss ich da anders ran. Oh nein, Sicherheitsnotschalter. Oh nein. Oh Gott. Was ist dein Problem, Freundchen? Das war wahrscheinlich die dümmste Idee, die ich heute wieder hatte. Obwohl. Doch, vielleicht doch. Äh. Ich glaube, ich wechsle lieber mal die Waffe. Habe ich noch panzerbrechende Munition? Ne, Antipersonen, das bringt mir nichts. Äh. Stopp, bitte. Autsch. Bis jetzt sieht es noch einigermaßen gut aus hier. Oh Gott. Suck ich und dann schmeißt du mir so ein Ding ins Gesicht. Äh. Ich so... Oh Gott, wieso habe ich so oft geschockt? Ich depp. Was habe ich getan? Warum? Oh Gott. Komm, laden nach, das Ding. Wer will jetzt hier noch um mich schießen, Mensch? Was soll das? Wo ist er? Ja, 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 ja. Hör mal auf, du Sack. Stopp. Höh. Hey, ich häng. Ist das deine ernst, gute Frau? Muss das sein, dass du mich jetzt stressen musst? So, der ist raus, hätte ich gesagt. Das war zwar nicht umständlich, wie es hätte sein müssen, aber... Hat ja doch noch funktioniert. So, das Geld. Und dich werden wir erstmal schön ausbeuten, gutes Mädchen. Guckt lieber weg, Leute. Der ziehe mir jetzt den Giftzahn. Ja, nicht mehr viele I-Spritzen. Danke fürs... Danke für die Info. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Da liegt ja eine. Die Frage ist... Will ich da jetzt runterspringen? Will ich da jetzt rankommen? Ah, warte. Warte, warte, warte. Da ist die Dingskiste. Diese, dieser Bastellini-Kistarini. Wo die meinten, wo ich basteln gehen kann. Ja, genau. Oh, uh. Ich kann... Ah ja, guck an. Ah ja, interessante Sache. Interessante Sache. Schöne Sache. So. Hier hat... Oh Gott. Der geht's auch nicht mehr so ganz gut. Ja, nice. Was ist hier hinten versteckt? Außer Stromkabel. Komm ich da drunter durch? Nein, komm ich nicht. Das ist ja sehr nice. Das ist ja sehr schön, ist das. Menschenskiller nochmal. Ja, ich bin wahrscheinlich irgendwie zu doof. Irgendwas muss ich mit dem Stromkabel wahrscheinlich anders machen, wie ich es gerade gemacht habe. Ich weiß es nicht. Oder man muss es halt riskieren. Muss abwägen. Was ist jetzt wichtiger? Greedy nachgucken, was da hinten liegen könnte und Strom kassieren oder nicht hingehen. So, kriege ich dich vom Stein runter. Ja, nice. Schöne Sache. Oh Gott. Ja, ich... Ich... Ich will ein bisschen abseits weitergehen. Ich will ein bisschen erkunden. Oh. Nein. Okay, ich glaube, ich habe doch keinen Bock mehr zu erkunden. Klassisch schockt mich hier noch selber zu Tode gleich. Das war ja sehr stark, war das. Sehr stark. Ach, das war der Houdini-Splicer. Der war ja easy weg. Der andere vorhin war nerviger. Äh, hier komme ich nicht mehr hoch wahrscheinlich, oder? So, was... Wir machen es jetzt einfach. Wir riskieren es. Egal, egal, egal. Egal, 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 egal. Stickstoffgranate. Ui. Schön. Ach. Äh. Map. Wo sind wir? Da sind wir. Ja. Nice. Ich hätte gesagt... Ich kaufe mal Verwandskästen. Ein bisschen was. Da liegt noch einer sehr schön. Ja, I-Spritzen kaufen ging nicht. Aber das ist schon nicht so schlimm. So, was haben wir hier noch? Hier kommt... Ich sie mir, glaube ich, hergekommen. Äh. Wo bist du? Wo bist du hin? Zeig dir, du Sack. Gehenbank brauchen wir nicht. Ich höre dich pfeifen, du pfeiferich. Du pfeifst gleich nicht mehr, wenn ich mit ihr fertig bin. Oh, das ist jemand anders. Das tut mir jetzt leid. Das war eventuell nicht beabsichtigt. Naja, egal. Sie wird es verdient haben, wenn ich behauptet. Was haben wir hier? Ach, da können wir wieder herstellen. Stimmt. Panzerbrechend, Autohacker, bla bla. Brauchen wir erstmal nicht. Ich musste ja vorhin erst von ein paar Autohacker loswerden. So, wo ist der jetzt hingeportet, der Sack? Höh. Du Hund. Ich bin fast tot, ey. Du Sack, du Elender. Mein Gott, ey. Ah, das Spiel macht mich teilweise fertig. Ich sag's euch. Menschenskinder. Oh nein. Was habe ich getan? Ah, da ging gar nichts. Okay, gut. Huh. The Save. Haben wir noch einen Autohack? Wir probieren es ohne Hack. Vielleicht kriegen wir es hin. Ah, schöne Sache. Vielleicht kriegen wir es nicht hin. Ja, ich glaube, das war es schon. Schön. Nice, nice, nice. Da hätte ich gesagt, wir Autohacken das Ding doch noch. Schön. Ja, nice Sache. Gab da sogar ein bisschen Kohle noch. Hui. So, jetzt haben wir mal weiter hier im Programm, hätte ich gesagt. Hier müssen wir eh lang, ne? Jetzt müssen wir wahrscheinlich hier alles hochlatschen, damit wir da hinkommen. Oh Gott, ich war schon mal da. Was habe ich getan? Jetzt gucke ich mir wahrscheinlich doch noch das ganze Level an, ob ich wollte oder nicht. Schreit der immer noch hinter mir? Hör mal auf, du. Da oben hängt die Kamera. Klasse Sache. Wo hängt sie? So, die ist weg. Weiß ich nicht, ob das so schlau war. Ich hätte sie wahrscheinlich gegen meine Feinde verwenden können mit dem einen Plasmid, das ich habe. Waterfall Grotto, da waren wir noch nicht drin. Oder? Doch, jetzt schon. Es gab Bestrebungen, den Einsatz von Plasmiden zu beschränken. Wegen der Nebenwirkungen. Blindheit, geistige Verwirrtheit, Tod. Doch was ist unsere Ideologie wert, wenn sie nicht auch angewandt wird? Der Markt reagiert nicht. Ein kleines Kind, das beim ersten Anzeichen von Unwohlsein gleich zu schreien anfängt. Der Markt ist geduldig. Und wir müssen es auch sein. Ja, was soll ich von diesem Andrew Ryan halten? Ich weiß es nicht, Leute. Der ist mir schon ein bisschen so speck, der Gute. Ach, das sind die Tonika-Slots. Ich glaube, da kaufe ich jeweils mal einen. Dann kann ich hier noch Dings einsetzen. Äh, Technik auch noch einen. Und Kampf. Wenigstens das. Was hat das? Mit einem Energiestrahl Leute zurück. Dingsen. Ja, was haben wir hier noch? Ah ja, ich kriege weniger Dingenskirchenschaden. Plasmide verbrauchen weniger Eve. Oh, das ist auch nicht schlecht. Oh, das ist auch nicht schlecht.